Du hörst den Genius Alliance Podcast, mein Name ist Norman Müller und ich möchte dir in dieser Podcast-Folge heute meine drei wichtigsten Routinen verraten, womit du deinen Erfolg vervielfachen kannst. Diese drei Routinen sind für mich super wichtig, denn sie entscheiden ganz massiv darüber, wie ich meine 24 Stunden, also ich habe auch nur 24 Stunden am Tag, wie ich meine 24 Stunden am besten nutze als Familienpapa von fünf Kindern, Geschäftsführer von zwei Unternehmen, diversen Beteiligungen in irgendwelchen Unternehmen, Beratungsgeschäft, Coaching-Geschäft, Projektgeschäft und so weiter und so fort. Ich verrate dir jetzt nach einer kurzen Unterbrechung meine drei Routinen. Viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Du hörst den Genius Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hoch spezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder und CEO Norman Müller. Den wichtigsten Glaubenssatz, den ich aus meinem Leben, aus meiner Gedankenwelt eliminieren musste, war, ich habe dafür keine Zeit. Und ich habe meinen Vortrag gehört von Anselm Grün, wo er darüber gesprochen hat, dass jeder von uns genauso viel oder so wenig Zeit hat. Jeder von uns hat 24 Stunden. Und die Frage ist, was machen wir aus diesen 24 Stunden? Also habe ich mich damit beschäftigt und habe gesagt, okay, was sind die Routinen, was sind die Strategien, die Methoden der Leute, die super erfolgreich waren? Und da habe ich vor vielen Jahren mir drei Routinen rausgesucht und diese drei Routinen, die optimiere ich seit jeher für mich so, dass es in meine jeweilige Lebenssituation einfach am besten passt. Und die drei Routinen möchte ich dir jetzt verraten. Ich habe Ihnen drei Namen gegeben und wir fangen mit dem ersten an. Das ist nämlich das Genius Board. Das heißt, lenke deinen Fokus zielgerichtet. Das Genius Board besteht eigentlich aus vier Schritten mit der Idee, dass du quasi deine Aufgaben, die du hast und du hast mit Sicherheit. Also, ich weiß nicht, ich habe so einen Aufgabenpool, da sind bestimmt 50 Aufgaben drin, die kein Mensch lösen kann. Ja, wenn du in Projekten unterwegs bist, hast du vielleicht für jedes Teilprojekt Unteraufgaben, die du hast, die du delegieren musst, an was du denken musst, Wiedervorlagen und so weiter und so fort. Unendlich. Jetzt stell dir vor, du müsstest jeden Tag diese Liste lesen und würdest wahnsinnig viel Zeit damit aufwenden, dir jedes Mal zu überlegen, wann du diese Aufgabe machst und verbringst irre viel Zeit, also so ging es mir damals, diese Aufgaben dann an den entsprechenden Tag zu schieben. Damit das gar nicht erst passiert, vier einfache Schritte, also lenke deinen Fokus zielgerichtet, bedeutet Schritt 1, am Vorabend des nächsten Tages setzt du dich hin und überlegst dir, was sind deine sieben wichtigsten Aufgaben, die du am nächsten Tag erledigen musst. Die sieben wichtigsten Aufgaben. Die Idee dieser Übung ist, dass du dich festlegen musst, du musst dich entscheiden, du musst dich für die sieben wichtigsten Aufgaben entscheiden. Und während du diese Aufgaben aufschreibst, am besten handschriftlich oder, wenn es denn sein muss, digital, so wie ich, während du das aufschreibst, konfrontierst du dein Unterbewusstsein schon genau mit diesen Aufgaben einen Abend davor. Am nächsten Tag, und das ist Schritt 2, legst du dann die Prioritäten fest, diese sieben Aufgaben. Das heißt, das Ganze konnte in dir nochmal so ein bisschen reifen, vielleicht eher so im Unterbewusstsein, sollst du ja nicht die ganze Zeit an diese Aufgaben denken. Aber du legst am nächsten Morgen mit einem frischen Geist die Priorisierung dieser sieben Aufgaben fest. Und das heißt, verbindlich zu sein. Also Schritt 1, entscheide dich, entscheide dich für die sieben wichtigsten Aufgaben, Abend zuvor. Im zweiten Schritt, am nächsten Tag, gleich in der Früh, ohne Ablenkung, keine E-Mails lesen, kein Social Media. Mach deine Morning-Routine mit deinem Lieblingsdrink oder mit deinen Sportübungen. Und dann, sobald du das Arbeiten anfängst, fängst du mit dieser Aufgabenliste an, ganz präzise, und legst die Priorisierung fest. Und dann startest du den Tag mit der ersten, mit der wichtigsten Aufgabe. Also diese Verbindlichkeit sich selbst gegenüber, das ist im Grunde der Game Changer. Der dritte Schritt ist, du beginnst also den Arbeitstag mit der wichtigsten Aufgabe und arbeitest dich dann den ganzen Tag über durch diese sieben Aufgaben durch. Natürlich. Vierter Schritt, du wirst nicht immer alle Aufgaben schaffen. Völlig natürlich. Das kann dir gelingen, muss dir aber nicht gelingen. Bei mir hält sich so die Waage. Es gibt Tage, die laufen richtig gut durch. Dann ist das auch gut geplant. Dann kann ich diese sieben Aufgaben ohne Probleme rocken. Das können Aufgaben sein, das kann ein kurzes Telefonat sein oder das kann eine Aufgabe sein von einem größeren Konzept formulieren. Das muss man dann einfach so ein bisschen abwägen. Also sei nicht traurig oder enttäuscht, wenn du die sieben Aufgaben nicht schaffst. Denn die Aufgaben, die du nicht schaffst, die kommen wieder auf die Liste des nächsten Tages. So, also ich wiederhole das Ganze nochmal. Erstens, entscheide dich für die wichtigsten sieben Aufgaben. Zweitens, sei verbindlich dir gegenüber. Priorisiere diese sieben Aufgaben. Drittens, sei konsequent. Gehe deine sieben Aufgaben, eins bis sieben, nacheinander durch. In der entsprechenden Reihenfolge und Priorisierung. Und erst dann mach alles andere. Und viertens, bleib dran. Das heißt, wenn die Aufgabe nicht erledigt ist, dann packst du sie auf den nächsten Tag drauf, bis sie erledigt ist. Sorry, ich muss hier kurz unterbrechen. Du hörst diesen Podcast hier, weil du dir das schnelle Geld durch die Digitalisierung deines Unternehmens erhoffst? Dann ist das hier definitiv der falsche Sender. Ich kenne genügend Unternehmerinnen und Unternehmer, die vor allem sehr viel Zeit in digitale Geldvernichtungsmaschinen investieren. Wenn du in den letzten drei Monaten keinen relevanten Umsatz im digitalen Markt gemacht hast, empfehle ich dir dringend von diesem toten Pferd abzusteigen. Das muss ich an dieser Stelle so klar auf den Punkt bringen, weil du hier sonst noch mehr deiner wertvollen Zeit verschwendest. Wenn du bereits ein Unternehmen führst und selbst das Gewicht der Verantwortung für deinen Erfolg oder Misserfolg tragen kannst, dann sollten wir uns in einem für dich kostenfreien Strategiegespräch darüber unterhalten, wie wir dein Geschäftsergebnis mithilfe eines professionellen Markenauftritts, digitalen Geschäftsmodellen und der Online-Neukundengewinnung verbessern können. Buche jetzt gleich einen persönlichen Termin auf unserer Website www.genius-alliance.com. Den Link findest du wie immer in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Bis gleich. Das sind einfach meine vier Schritte mit dem Genius Board. Wie gehst du mit wichtigen Aufgaben um und du wirst ein ganz tolles Gefühl haben, denn was gibt es Schöneres als zumindest zu wissen, hey von den sieben Aufgaben habe ich fünf erledigt und es waren aber auch echt fünf wichtige Aufgaben. Und das gibt dir ein richtig befriedigendes Gefühl und es macht dich unglaublich schnell. Aber auch nur dann, wenn du dieses Prinzip wirklich jeden Tag führst. Also kleine Aufgabe für dich, die nächsten 14 Tage nach diesem System zu arbeiten. Nächste Routine ist der Genius Slot. Das heißt, Wiederholungen machen dich schneller, besser. Das bedeutet, geh mal ganz kurz in den Sport. Was passiert, wenn du einen Kraftaufbau machen möchtest, wenn du einen Bizeps trainieren möchtest oder Beinmuskulatur trainieren möchtest? Dann musst du diese Aufgaben wiederholen. Du musst den Impuls, den Reiz im Muskel wiederholen. Was passiert, wenn du wiederholst? Was passiert nach drei Wochen, nach sechs Wochen, nach acht Wochen Training mit diesem Muskel? Der braucht mehr Gewicht und er stemmt das bisherige Gewicht natürlich schneller. Das heißt, dieser Muskel wächst, er wird schneller, er wird besser und du kannst am Ende mehr Gewicht draufpacken, also mehr Belastung aushalten. Was bedeutet das jetzt für unseren Alltag? Du organisierst deine gesamten Aufgaben in Themenkategorien. Und Themenkategorien sind zum Beispiel, du beantwortest nicht zwischendrin mal eine E-Mail, dann rufst du mal jemanden an und dann machst du mal hier irgendwas schriftlich, dann fährst du irgendwie zum Kunden oder was auch immer. Sei es auch durcheinander, sondern versuch das in Blöcken zu organisieren. Das heißt, du sagst dir, okay, ich arbeite jetzt eine Stunde an der Beantwortung sämtlicher E-Mails. Dann mache ich den E-Mail-Kasten dicht und dann ist das am nächsten Tag dran. Oder du sagst zum Beispiel Anrufe. Ich nehme mir jetzt zwei Stunden, um mit allen relevanten Personen zu sprechen, die für diesen heutigen Tag geplant sind. Und dann führst du alle Telefonate am Stück. Am ersten Telefonat bist du vielleicht noch so ein bisschen, naja, ach ja gut, jetzt muss ich da telefonieren und habe eigentlich gar keine Lust und so weiter. Beim zweiten geht es schon viel besser und beim letzten Telefonat perfekt, weil du einfach durch die Wiederholung immer besser geworden bist. Lass dich auch dort nicht rausbringen. Ist auch wichtig, dass du dich konzentrieren kannst und dich nicht unterbrechen lässt. Also das Schlimmste ist, wenn du in so einem Tunnel bist, in so einem Slot bist, in deinem Thema, gerade am Telefonieren oder am Schreiben und du wirst unterbrochen und musst dich dann wieder in diese Tiefe hineinarbeiten. Das frisst unglaublich viel Zeit. Also versuch das in Slots zu denken und so zu organisieren, dass du die ganze Zeit im Flow bleibst. Das ist total wichtig. Und die dritte Routine für euch ist, ich nenne es Genius VA, also Virtual Assistant. Das bedeutet, Zeit ist wichtiger als Geld. Zeit ist wichtiger als Geld. Ein Beispiel, du hast ein Projekt angenommen, hast ein Projekt Volumen X und jetzt kannst du entscheiden, machst du es selbst oder delegierst du es? Ja, dann überleg dir, Zeit ist wichtiger als Geld. Wenn du es delegieren kannst, dann gib es raus und kümmere dich um dein Business, kümmere dich um den nächsten Auftrag, kümmere dich um das, was dich als Unternehmer, Unternehmerin braucht und fordert. Also erster Punkt, delegiere Aufgaben, wenn du kannst. Zweiter wichtiger Punkt, welche Tätigkeiten kannst du eliminieren? Welche Tätigkeiten kannst du einfach weglassen? Also wenn du merkst, dein Posting bei Facebook funktioniert nicht, weil das jedes Mal nur ein Like gibt und das schon seit Monaten, dann ist es höchste Zeit, diese Tätigkeit zu eliminieren. Dafür musst du sie entdecken, wahrnehmen und dann aber eliminieren. Wenn du weißt, dass es solche Tätigkeiten gibt in deinem Unternehmen oder in deinem Business, dann eliminiere diese Tätigkeiten. Hab keine Angst davor, dass dir dann irgendwas entgehen könnte oder sonst irgendwas. Es bringt einfach nichts, es kostet viel mehr Energie, als dass du entsprechenden Output davon hast. Dritter Punkt zum Thema Genius Virtual Assistant, automatisiere Prozesse und Abläufe. Versuch das hinzukriegen, dass wiederkehrende, also beispielsweise du schreibst E-Mails, immer wieder den gleichen Absender, viele Grüße, liebe Grüße, beste Grüße, mit freundlichen Grüßen, was auch immer, gibt es Tastaturkürzel. Dieser eine Hack, der bringt gar nichts, aber die Summe aller Hacks machen dich unglaublich schnell. Also arbeite mit E-Mail-Vorlagen, versuch mit Zapier, das ist ein cooles Tool, um verschiedene Applikationen miteinander zu verbinden. Also so brauche ich zum Beispiel in unserem CRM keine Personen mehr anlegen, das macht das System, weil das System checkt, wo kommt die Person her, fragt die ganzen Datenabträge, das ist ein CRM ein, Ende der Geschichte. Brauche ich nicht mehr selber machen. Das ist am Anfang vielleicht ein bisschen Invest an Zeit, diese Prozesse aufzubauen, aber es lohnt sich, Leute, es spart euch Unmengen Zeit. Dann habe ich mal aufgeschrieben, arbeite effizienter, das heißt zum Beispiel längere E-Mails. Hey, wenn du besser im Diktieren bist, schnell sprechen kannst, sprich das ganze Ding deiner Assistentin oder deines Assistenten drauf und lass diese längeren E-Mails zum Beispiel schreiben. Oder Protokolle nicht selber abtippen, sondern reinsprechen aus dem Gedächtnis, reinsprechen, strukturieren und das Ganze transkribieren lassen, also verschriftlichen. Also überleg dir bei den Aufgaben, ist es notwendig, dass du das wirklich jetzt machst, lässt sich es irgendwie automatisieren oder zumindest effizienter gestalten. Und das Letzte, was ich mir zum Thema Genius VA aufgeschrieben habe, ist, nutze Kollaborationstools. Meine wichtigsten beiden Tools dahingehend sind Asana, also als Projektmanagement-Tool, also um mein Team zu koordinieren, um mich selbst zu organisieren, um in der Korrespondenz mit dem Kunden zu sein, um im Austausch zu bleiben, um keine Aufgaben zu vergessen, Zielsetzung und so weiter und so fort. Und ein ganz schnelles Tool, das ist so mein Speedboat unter den Applikationen, ist Telegram tatsächlich. Also Telegram ist so ein Ersatz für mich wie Slack. Slack hat sich bei uns nicht so wirklich durchgesetzt, weil das unsere Kunden zum Beispiel nicht haben. Und die Idee eines Messengers und Telegram ist da echt ein super cooler Messenger, mit dem ich zum Beispiel Bots bauen kann, Prozesse bauen kann. Ich kann Postings terminieren zum Beispiel, solche Sachen, Größegruppen organisieren und so weiter. Also lohnt sich wirklich, da mal reinzuschauen. Und diese beiden Tools sind für mich, muss nicht Asana sein, kann auch Trello sein, muss nicht Telegram sein, könnte auch WhatsApp sein, wobei da ein Datenschutzthema immer zu beachten ist, grundsätzlich bei allen Tools natürlich. Aber welche Tools das auch immer für euch sind, es sind wichtige Tools, um in der Zusammenarbeit einfach super schnell zu sein. Und um die Geschwindigkeit geht es einfach, denn du versuchst ja aus, also mit meinen drei Routinen, aus acht Stunden vier Stunden zu machen. Also in kürzerer Zeit dieselbe Arbeit zu leisten. So, ich hoffe, es waren so ein paar Impulse dabei für dich. Versuch das unbedingt auszuprobieren. Dann schnapp dir eine Routine und versuch diese Routine zwei Wochen, drei Wochen, sechs Wochen durchzuhalten. Also alles, was über 66 Tage hinausgeht, wird dann schon langsam ein Programm in unserem Kopf. Und ich würde mich total freuen, wenn du mir dein Feedback schickst, wie diese Routinen für dich funktionieren. Gerade jetzt am Jahresanfang, da sind wir noch voll mit diesen ganzen Vorsätzen. Also einfach ausprobieren, einfach mal eine Meldung schicken bei uns in der Telegram-Gruppe Jeans Alliance Podcast. So, ich wünsche dir nur das Beste, bleib gesund und bis bald. Ciao. Also, ich wünsche dir nur das Beste, bleib gesund und bis bald. So, ich wünsche dir nur das Beste, bleib gesund und bis bald.